Unsere Nummer 19, Sinatra Diese braune Stute, geboren im Jahr 2018, sie ist 1,66 Meter im Stockmaß gemessen. Sie stimmt ab von Sanamur, Bellissimo M., Fürst Heinrich. Aus der Zucht von Maybrit von Taden wird sie ausgestellt von Regina Neubauer aus Dörten. Sinatra präsentiert sich als sympathische Dressur-Stute mit ansprechendem Eindruck unter dem Sattel. In Ruhe gereift, blickt diese Sanamur-Tochter in eine erfolgsversprechende Zukunft. Ladies and Gentlemen, Lot Nummer 19, Sinatra This by Mayr is born in 2018, she is 16,1,5 Hands high. She is by Sanamur, Bellissimo M., Fürst Heinrich. Sinatra presents herself as a very likable dresser-schmeer with an appealing impression on the saddle. Matured with time, the Sanamur-Daughter looks forward to a promising future. A Untertitelung des ZDF, 2020